Jo und was geht meine Crossout aus und zurück zu Little Nightmares. Ja wir sind zurück und letzte Folge hatten wir den Koch überlebt. Wir sind jetzt im neuen Abschnitt. Wahrscheinlich auch mit einem neuen Gegner. Also so denke ich mal, weil jeder Abschnitt hatte einen bestimmten Gegner. Erst hatten wir den Grabschi Grabschmann und jetzt haben wir den Koch gehabt, den Fleischer. Und ich denke mal, jetzt haben wir einen neuen Gegner am Start. Ich bin gespannt, wie viele Gegner noch kommen werden. Ich hatte nämlich gelesen in den Forums, dass es nicht so lange gehen soll. Also es soll nicht zu lange gehen. Wie ich eben schon sagte, der Spielspaß ist natürlich garantiert, aber die Länge des Spiels ist halt nicht doll. Ach, wir sind im Schiff gewesen. Okay, alles klar. Wir waren im Schiff. Na klar. Wir waren im Schiff. Ist ja kein Problem. Wir waren im Schiff. Was soll das denn für ein Schiff gewesen sein? Ein Riesenschiff oder was? So, wir müssen hier außen jetzt rumklettern. Da hinten ist noch ein Schiff. Steigen irgendwelche Arjus ein? Vielleicht noch mehr Köche? Man weiß es nicht. So, mach mal hopp, hopp. Wir haben nicht ewig Zeit. Na hallelujah. Da ist eine Möwe. Die Möwe ist recht klein, ja. Aber die ganzen Räumen und so sind riesengroß. Das war wieder nur ein Abschnitt anscheinend. Also,idor Wettung. So, wahrscheinlich müssen wir das Brett wieder abmachen. So, pass auf Junge oder Mädchen, keine Ahnung, wir wissen ja auch noch nicht, was das für ein Bubi ist hier, auf jeden Fall hat er in einer Folge eine Ratte gefressen oder eine Maus gefressen und, naja, okay, fette Menschen mit Masten, da oben ist eine Frau, sieht jetzt alles ein bisschen aus wie so japanischen Style, so Gisha-mäßig anscheinend. Und gleich nochmal, zack, und gleich nochmal, zack, und nochmal, gerade so. Da ist ein Spalt, da wären wir jetzt drin. Okay, die sind zum Essen hier, deswegen wahrscheinlich auch der Koch immer. Oh, oh, die Frage ist natürlich auch, können die uns sehen, können sie uns auch fangen? Jedenfalls mampft der nur, so, wir gehen einfach weiter. Oh. Oh, was? Oh, scheiße, 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 run, 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 Digga. Lass mich, lass mich. Bist du irre oder was? Okay, wir hier müssen wahrscheinlich wieder, ähm, die Teller hochrennen, werden wir gleich mal machen. Schwingen hoch. Hoch, 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 hoch. Komm, komm. So. Okay, die kommen erstmal nicht ran. Die kommen erstmal nicht ran, Leute. Mann, los, hopp. Eins. Und gleich, komm, 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 komm. Hoch, jump. Och, gerade so geschafft. Halleluja. Okay, er hat wieder gespeichert. Hier ist noch groß. Okay, wir müssen jetzt die ganze Zeit schwingen. Mal hoch auf den Stuhl. Okay, doch nicht. War einfach nur so. Und Spaß. Oh, da ist ein Bötchen. Können wir da irgendwas mitmachen? Okay, okay, okay. So, wir gehen hier erstmal rein. Achso, den Stuhl wegschieben mal. Oh, Mann, ey. Hallo? So, erstmal gespeichert. Ist das schon erstmal safe hier? Aber wir müssen trotzdem nochmal zurück. Irgendwas scheint hier zu sein, was wir machen müssen. Ich hätte ja gesagt, wir müssen da irgendwie hoch am Tisch. Ja. Wir müssen hier hoch. Oh. Oh. Nein, er hat uns erwischt. Alter, der frisst uns ja. Oh, Mann. Der frisst uns. Was ist mit ihm nicht in Ordnung? Oh, Mann. Wir müssen uns hier frissen. Also, wir müssen hier irgendwie durchrennen. Na, haben wir jetzt den Speicherpunkt doch noch oder nicht? Mal Platz hier. Hier durch. So. Doch, er hat die gespeichert. Alles klar. Komm mit. Jetzt kannst du mir wie so ein bisschen helfen. Boah, jetzt hat der nächste uns schon. Mann. Die sah hässlich aus. Da kann er wohl nicht wahr sein. Was ist denn los hier? Wir müssen hier hinten hin. Wir können ja auch nicht an diesen Stuhl, können wir ja nicht ran, ne? An diesen Stuhl kommen wir ja nicht ran. Doch. Aber wir können uns nicht hochziehen. Alles klar. Okay. So war das nämlich. Wir müssen da lang. Wir müssen da lang. Boah, schon wieder. Warum erwischt der uns immer? Der frisst uns auch immer. Die Sau. Das ist ja kacke. Wir wissen ja, was wir machen müssen. Aber das Problem ist, wie kommen wir da vorbei? Wir wollen uns eben immer gleich fressen. Alter, der hat uns fast... Mann, Alter. Lass mich. Nein, lass mich. Fress da den Scheiß. Fress da den Kack. Lass mich. Boah, Alter, Mann. Blöder Penner. Aber wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt erstmal hier hoch. Oh, Mann. Ups. So, hier hinten war doch so ein... Da war doch so ein Gnome. Ist ja weggerannt schon. Oh, Mann, Leute. Also, ihr könnt euch das Spiel nur ans Herz legen. Das ist sehr cool. Ihr habt das ja verfolgt die ganze Zeit. Ich hoffe doch. Können wir hier rüber? Weg, weg, weg. Alter, die kommen hier rüber. Lass mich. Aber die sind so fett. Die können nicht mal... Nein. Nicht geschafft. Die sind ja so fett. Die können ja nur auf alle... ...vom Bauch lang rutschen. So. Also nochmal. Also, wir müssen da hinten lang und dann rüberjumpen. Das sollte ja keine Kunst sein. Mal sehen. Erstmal weiter. Bleib mal ruhig. Erstmal weiter. Ich bin... Ja, ich... Ich will hier nur mal so lang. Ja. Nein! Warum lässt du los? Er hat losgelassen. Er hat losgelassen. Ich habe nichts gemacht. Also, die Fehlrate hier gerade... ...in dieser Folge... ...steigt... ...in die Höhe. Was mich... ...nicht... ...erfreut. So, jetzt lass mich doch mal. Naja, fress mal deine Wurst. Lass mich. Dicke Frau. Och, Alter. Er hat es gerade so geschafft. Kommen die jetzt hinterher? Kommen die doch nicht. Kann ja auch gar nicht. Wie sollen die da hinterher kommen? Nein, bitte, bitte. Nein, er hat mich. Oh, der rennt ja alles kaputt. Der rennt ja alles kaputt. Da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Okay, wir sind hier. Okay, hier können wir nichts machen. Wahrscheinlich müssen wir den... ...holen. Komm mal, komm mal. Ja, mach mal. Mach mal da deine Action. Rüber gesprungen. Super. Kleiner Mann. Renne, 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 renne. Nein! Oh, fuck. Der frisst uns doch immer gleich. Oh, Mann. Okay, also wir müssen über den rüberjumpen. Mann, Mann. Okay. Einmal probieren wir noch. Dass der nicht hinhaut. So, komm, Dicke. Der rennt doch immer nicht so schnell. Wie er soll. Besonders, wenn er hier nicht schärbt. So. Rüber. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich so. Dann rennen wir gleich da lang. Oh, du Affe. Okay. Sind erstmal in Sicherheit. Oh, hier ist eine Ritze. Ups. Eine Ritze. Nein, da kommt schon jemand wieder. Ach, nö. Wieder ein Koch. Nein. Was ist denn jetzt schon wieder los? Lass mich. Lass mich. Ach, leck mich doch. Mann. Ich hätte unter den Tisch dann wahrscheinlich runter. Ich weiß es nicht. Da kommt einfach wieder so ein Koch. So, jetzt aber. Jetzt bin ich ja in Ruhe, du Affe. So. Ja, mach die Tür zu. Du bist ein Arsch. Oh, bloß ab. Okay. Okay. Ach, da war auch noch eine Kiste. Okay, alles klar. Also, wir hatten mehrere Wege. Und wir kommen nicht ran. Wo ist er denn? Kommt er? Nee. Scheiße. Wie kriegen wir denn den Typen jetzt da hin? Da kommen wir auch nicht hin. Können wir das hier irgendwie kaputt machen? Oder wir schmeißen nicht in den Spiegel. Wir schmeißen nicht mal in den Spiegel. Ah, siehst du? Aber der kommt nicht. Die Tür bleibt zu. Da ist ein Neheimgang. Alles klar. Oh Mann. Okay, wir kommen hier oben raus. Ah, der ist doch mal super. So, alles klar. So, meine Lieben, Freunde. Hier werden wir schon leider zum Schluss kommen. Ja, oh Mann. Wieder ein Koch und irgendwelche fetten Menschen, die irgendwas fressen. Boah. Ist voll komisch. Voll beängstigend irgendwie. Falls euch die Folge natürlich wie immer ihr Vereinigt hinterlasst, ein Like, Abo, teilt dieses Video und schreibt was in die Kommentare. Würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Little Nightmares. Ich bin erstmal raus. Und tschau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Little Nightmares.